Keine weitere Premiere haben wir am heutigen Tag. Uns sind wir beide Wolfgang Eichwerden und die 6 Stunden haben wir zum ersten Serien. Ich möchte hier in eine Sprinterkabine, wir beide haben sich schon begrüßt, doch unsere erste Co-Moderatorin begrüßt, die die VLN in den letzten 26 Jahren gesehen hat, ist Alex Bormann. Da werden wir gleich noch gerne darüber erzählen, wer die Alex ist, wo sie herkommt. Und zunächst nochmal, morgen Alex. K-I-K-T 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 Das war's. 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 Das war's.